So, ja, hallo Leute, ich bin jetzt hier wieder vorm Apple Store. Diesmal schon mit meinem iPhone 5. Und ich muss sagen, die Schlange ist immer noch richtig scheiße lang. Und, naja, ich war um neun schon da und die werden wahrscheinlich noch ein paar Stunden hierbleiben. Ich werde gleich mal reinschauen, ob sie den Adapter haben und dann... Naja, ich gehe mal die Schlange ab für euch. Ist ja nicht mehr so lang, die endet gleich hier. Und die möchten alle noch heute ein iPhone. Ja, dann gehe ich mal wieder in den Laden rein.